Hallöchen ihr Lieben, ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute habe ich ein Haul für euch von Dovin Beats und Buttinette und habe beim Thalien noch ein paar Kleinigkeiten gefunden, die ich euch alle gerne zeigen möchte. Ich freue mich natürlich riesig über euer Feedback in den Kommentaren, natürlich auch über einen Daumen hoch und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann dürft ihr mich natürlich gerne gratis abonnieren. So, ich lege am besten los mit den Sachen, die ich bei Buttinette geshoppt habe. Ich habe nochmal jede Menge Baumwollstoff geholt. Den brauche ich momentan einfach für die ganzen Auftragsarbeiten, die ich werke und für alle Sachen, die ich für den Herbstbasar gestalten möchte. Und da habe ich mir zum ersten 2 Meter Flieseline bestellt. Das benutze ich immer dafür, um den Stoff ein bisschen zu verstärken. Und da ist die für mich immer ganz gut. Ich glaube, das ist genau Flieseline H630. Die nehme ich immer dafür. Dann habe ich den Stoff immer so gefaltet, dass man auch gut sehen kann, welches Muster das ist. Das sind jetzt alles normale Baumwollstoffe, also quasi Webware ohne Elastananteil. Ich zeige euch die Artikelnummer. Das war jetzt ein halb Meter, den ich bestellt habe. Von manchen Sachen brauche ich einfach auch nicht so viel. Ja, da möchte ich einfach mein Sortiment erweitern, gerade mit so ein paar Jungs-Sachen, wenn man das so nennen darf. Hier habe ich noch so ein paar, ja, so einen Racing-Stoff, den fand ich richtig cool. Genau, davon durfte auch ein halber Meter mit. Dann habe ich hier natürlich noch einen Feuerwehrstoff bestellt. Das mache ich mal kurz ab, damit ihr es besser sehen könnt. Das sind relativ große Feuerwehrautos mit Gesicht vorne drauf. Die finde ich auch total cool. Davon habe ich mir auch nur 30 Zentimeter bestellt, weil das reicht mir eigentlich. Dann habe ich hier, ja, so ein paar Straßenfahrzeuge noch geholt und so Baustellenfahrzeuge. So, jetzt haben wir es. Das ist die Nummer dazu. Ich habe aber gesehen, dass ich den Stoff, glaube ich, schon da habe. Das ist leider der Nachteil, wenn man so ein Riesensortiment an Stoffen bereits zu Hause hat. Aber gut, das ist ein Übel, mit dem kann ich gut umgehen. Dann habe ich den hier gekauft. Das ist so ein süßer Roboterstoff. Der ist so mit so einem grauen Hintergrund. Davon habe ich mir auch einen halben Meter mitgenommen. Das kann ich gleich abmachen. Brauche ich nämlich dann nicht mehr. Und dann habe ich den hier gefunden. Den finde ich richtig schön. Das sind solche Waldtierchen mit so, das ist so ein cremefarbener Hintergrund. Davon habe ich mir auch einen halben Meter mitgenommen. Oh, ich freue mich schon wieder richtig drauf, damit loszuarbeiten. Und das hier ist ein Stoff, den fand ich so von der Optik ganz cool. Das ist so ein Jackins-Stoff, würde ich sagen. Also es ist so Jeans, aber mit ein bisschen Elastan-Anteil. Der heißt auch Hemden-Jeans-Stoff. Also, ja, ich möchte damit keine Hemden nähen, sondern eher kleine Täschchen oder so. Das ist eher mein Ziel daraus. Da habe ich dann auch einen halben Meter bestellt. Dann fand ich den hier noch richtig cool. Ich dachte, der wäre halt noch schön für eine Schultüte, weil so Ballerina-mäßiges habe ich halt noch nicht da. Da habe ich mir auch einen halben Meter von mitbestellt. Und dann kommen wir auch schon fast zum Ende. Einmal noch diesen schönen Federn-Stoff, der gefällt mir richtig gut. Ich habe halt solche Feder-Charms, die dazu perfekt passen. Und auch da wieder einen halben Meter. Die Nummer habt ihr gesehen. Und jetzt kommt der coolste Stoff überhaupt. Und der ist so, ja, ich will nicht sagen Doodle-Bug-Style, aber der ist so wie der letzte Block, den es beim Action gab. Jetzt gucke ich gerade mal, ob ich den finde. Genau. Der hat so was wie der Block hier, den es beim Action gab. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Irgendwie sieht der so aus wie dieses Design. Würde mich sogar nicht wundern, wenn es fast genau das gleiche ist. Also es ist genau Regenbogen und Kirsche, alles mit dabei. Also es könnte tatsächlich sogar vom gleichen Designer sein. Wird es wahrscheinlich nicht. Aber ja, ich habe den gesehen und musste ihn auf jeden Fall mitnehmen, weil ich einfach auf so einem Kram stehe. Genau. Davon habe ich dann auch einen ganzen Meter mitgenommen. Ist auch wieder Baumwollstoff. Und da freue ich mich auch schon riesig drauf, daraus Taschen zu werkeln. So, das war das, was ich bei Butinette bestellt habe. Dann war ich noch einkaufen und zwar beim Thalia und habe so ein paar Kärtchen geholt. Da sind immer 50 Kärtchen drin. Hier steht Komplimentkarten für Alltagsheldinnen. Manchmal hat man ja vielleicht ein bisschen schlechte Laune oder ist ein bisschen demotiviert und dann kann man sich eine Karte rausziehen und einfach diesen Spruch für sich genießen oder gucken, dass man sich da was Positives rauszieht. Und man kann die auch einzeln verwenden, um sie vielleicht in Briefe mitzusenden, wenn man ja Postkarten schreibt oder so, da noch so ein kleines Kärtchen mit reinzumachen und dann noch ein Phrasenorakel fürs Büro. Gegen Montagslaune, da bin ich auch gespannt. Die haben gekostet einmal 6,99 und einmal 7,99. Warum die unterschiedlich sind, weiß ich nicht, weil es ist die gleiche Firma, gleiche Größe, gleiches. Ja, wobei, es ist ein Millimeterunterschied. Dann habe ich gefunden, die wollte ich dann auch nehmen. Also eigentlich möchte ich hierfür eine Verpackung basteln und dann dachte ich mir, die mache ich vielleicht mit diesen Avocadoclips zu. Die sind einfach richtig cool. Das sind solche, ja, Bagclips, um so, ja, weiß ich nicht, Chips-Tüten, Cornflakes-Tüten, sonst irgendwas zuzumachen. Das kommt bei mir irgendwie immer mit ins Glas. Das kommt nie, also es bleibt bei mir nie in der Tüte. Die haben 3,99 gekostet, aber so zum Dekorieren und zum Verschenken finde ich die richtig cool. Und ich liebe alles, was mit Avocado zu tun hat. Ich stehe da voll drauf. Dann habe ich noch diesen kleinen Kalender geholt. Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe? Der ist auch für, was hat der gekostet? 3,99. Der soll in die Schultüte von meiner Tochter. Der ist schon für 2023. Bis zum Mond und wieder zurück. Habe ich dich lieb? Das ist so irgendwie unser Alltagsspruch, den wir uns immer zusprechen. Ich sehe gerade, der ist hier ein bisschen kleiner Riss reingeraten, wahrscheinlich jetzt vom Transport. Ja, und ich liebe diesen Hasen. Ich liebe überhaupt diese ganze Reihe von denen. Und ja, meine Tochter liebt auch die CDs, die es dazu gibt. Das hört sie sich auch sehr gerne an. Dann habe ich, oder genau, beim Depot war ich noch kurz, habe ich diese Servietten geholt. Die fand ich einfach zuckersüß. Die waren auch gerade reduziert auf 1,49. Und deswegen habe ich die mitgenommen. Da konnte ich nicht dran vorbeigehen, obwohl ich keine Servietten brauche. Aber ja, die haben es mir leider angetan. Und dann habe ich noch eine Kleinigkeit gefunden für in die Schultüte von meiner Tochter. Und zwar so ein kleiner süßer Minitacker mit, was ist das, ein Bärchen? Ist das ein Bär? Das könnte übrigens auch ein Otter sein. Ich weiß nicht, was es ist. Kleine Tierfreunde, der hat 4,95 gekostet. Und das ist halt auch was Praktisches, was sie gebrauchen kann. Und ich habe ja schon öfters erwähnt, ich packe lieber praktische Sachen in die Schultüte. Und Leute, ich bin echt gespannt, ob man die überhaupt noch tragen kann, wenn sie gefüllt ist. Aber gut, das werden wir sehen. Ansonsten helfe ich ihr. So, dann habe ich noch bei Doreen Beetz bestellt. Und hier jetzt schon hier auf der rechten Seite sind haufenweise Zeug. Da fange ich einfach an und zeige euch auch die Artikelnummer mit rein. Als erstes habe ich wieder Reißverschlüsse bestellt. Ich bestelle immer Reißverschlüsse mit, aber ich habe auch einen riesen Verschleiß, weil ich irgendwie, ja gefühlt, jeden Tag x Taschen nähe. Das ist die Artikelnummer dazu. Ja genau, jetzt hat es auch scharf bestellt. Die sind immer 40 cm lang, haben einen filigranen Verschluss, was ich eigentlich echt schön finde. Ich mache es gerade mal auf. Ich mag diesen filigranen Verschluss sehr. Genau, ich mag das nicht so ganz, wenn das so diese riesen Klopperreißverschlüsse sind. Genau, davon habe ich mir 10 Stück bestellt. Ich glaube, die kosten 2 Euro oder so. Also schon recht günstig. Dann habe ich mir die gleich noch in blau bestellt. Das sind auch 40 cm lange und 10 Stück sind drin. Die packe ich auch nicht aus jetzt, weil die müssen, glaube ich, auch 40 cm sein, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, die sind auch 40 cm. Das sind auch 10 Stück in weiß. Dann habe ich noch solche Zierreißverschlüsse geholt, die einfach so ein Muster haben. Die werden nicht eingenäht im Normalfall, sondern auf das Projekt drauf genäht. Da gefällt mir der Reißverschlusszipper auch richtig gut. Und ich mag das total, wenn man das Ganze dann so von außen sieht. Und außerdem ist es manchmal echt einfacher in der Verarbeitung, wenn der Reißverschluss oben drauf liegt. Das finde ich sehr schön. Ich glaube, das sind 25 cm. Leider für das Projekt, was ich mir ausgesucht hatte, passen die nicht. Aber ich habe auch schon ein anderes Projekt im Kopf. Dann habe ich die... Oh, habe ich euch die Nummer gezeigt? Ich glaube nicht. Da ist sie nochmal. Dann habe ich mir die gleichen in lila bestellt. Gleiche Länge. Und ich habe mir die gleichen in schwarz bestellt. Und das sind immer fünf Stück in der Verpackung. So. Dann habe ich noch ein paar Charms bestellt. Und das war es dann auch schon. Reicht aber auch wieder. Zum einen diese Regenbögen. Die habe ich schon in etwas kleiner gehabt. Und finde sie aber in so groß für manche Projekte einfach viel schöner. Natürlich für so Armbändchen und sowas nicht. Aber dann eher für eine Kette oder für an die Taschen vorne dran genäht. Hups, das sagt. Vielleicht sollte ich es auch richtig rum zeigen. Das ist die Nummer. Kann man gut sehen. Dann habe ich Gitarren bestellt. Die habe ich aber schon. Das habe ich irgendwie nicht ganz gesehen. Das ist die Nummer dazu. Dann habe ich diese kleinen süßen... Ja, was sind denn das? Kätzchen mit Mond bestellt. Die sind auch relativ groß. So um die drei Zentimeter sind die hoch. So sieht man es, glaube ich, ganz gut. Es blendet leider ein bisschen mit dieser Nummer dabei. Aber ich achte ja bei Dorian Beats mittlerweile sehr auf die Größen. Weil, ja, ich das schon oft hatte, dass die Sachen in Dimensionen kamen. Wo ich dachte, das kann ich gar nicht verarbeiten. Entweder die waren so riesig oder so winzig, dass es irgendwie nicht so viel Sinn gemacht hat. Deswegen achtet da bei Dorian Beats auf jeden Fall drauf. Dann habe ich diese kleinen süßen Kränzchen hier bestellt. Ich hoffe, dass das jetzt scharf schaltet. Dass man das gut erkennen kann. Da sind kleine Marienkäfer dabei. Schöne Strasssteine und Blümchen. Ich glaube, da sind fünf Stück in der Verpackung mit dieser Nummer. Ich lasse das jetzt draußen. Dann habe ich Regenschirme gefunden. Regenschirme gehen auch immer. Die sind aber sehr leicht. Ist aber trotzdem kein Plastik. Irgendwas Metallisches, aber sehr leicht. Also solche Regenschirme passen für den Herbst, der bald kommt. Mit der Nummer und zu guter Letzt habe ich noch diese Schwalben mitgeholt. Und das war, glaube ich, alles im Wochenend-Sale. Die haben fast alle 99 Cent gekostet, wenn mich nicht alles täuscht. Das sind die, die sind alle auch zinkbasiert. Mit dieser Nummer. Mittlerweile ist es ja so, das kann ich euch vielleicht auch mal kurz zeigen. Das ist vielleicht ein bisschen bekloppt. Aber ich bin bekannt dafür, bekloppt zu sein. Denn das sind alle die Dosen. Die sind alle von Action. Und die sind alle schon randvoll mit Charms und so weiter. Bommelchen, Charms, weiter Charms. Alle möglichen. Alles, was ich so gefunden habe. So weit es geht thematisch sortiert. Also ich bin schon gut bevorratet, was das Ganze angeht. Da kommt es dann halt auch leider vor, das ein oder andere Mal, dass ich was doppelt bestelle. Weil hier seht ihr diese kleinen Regenbögen, die ich da noch mein Groß bestellt habe. Also wie gesagt, ich glaube, das wird es jetzt dann auch mal gewesen sein zum Thema Bestellung bei Doreen Beels. Und auch was das Thema Stoffe angeht, bin ich, glaube ich, mittlerweile sehr gut ausgestattet. Da ist es halt immer so, wie bei dem Designerpapier, lieber haben als brauchen. Ich habe letztens alles durchsortiert und war ein bisschen erschrocken über das, was ich alles schon angesammelt habe. Aber ich arbeite ja auch mit den ganzen Sachen und deswegen finde ich, ist es irgendwo auch noch in Ordnung. Ja, auf jeden Fall ist das Video dann jetzt fertig. Ich habe alles gezeigt, was neu bei mir eingezogen ist und ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen. Ich danke euch, dass ihr dabei wart und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Macht's gut, eure Steffi.